Das folgende Video wird dir präsentiert von FlexiSpot, der richtige Partner für deinen elektrischen höhenverstellbaren Schreibtisch in vielen verschiedenen Ausführungen. Spare jetzt direkt während der Black Friday Week und kaufe dir deinen elektrischen höhenverstellbaren Schreibtisch, deinen Bürostuhl oder deinen Sessel. Auf FlexiSpot wirst auch du für dich, jetzt mit großen Sparaktionen zu der Black Friday Week. Ich nutze selbst die Tische von FlexiSpot, denn nur Qualität setzt sich durch. Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen und bescheidenen YouTube Kanal, Martin Hofmeister Unboxing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute stelle ich euch eine Heißluftfritteuse vor aus dem Hause Ninja, die Foodie Max. Und ich bin schon unheimlich gespannt, denn dieses Video soll wirklich nicht nur heiß, sondern auch knackig werden. Ob wir das schaffen, die Ninja und meine Wenigkeit, das zeigen wir euch natürlich nach dem Intro. Bleibt dran, es lohnt sich. Ja Freunde, hier steht sie nun, die Ninja Foodie Max Dual Zone. Ja, eine Heißluftfritteuse mit zwei Kammern, insgesamt eine Füllmenge von 9,5 Litern. Das ist schon mal eine Ansage. Viele werden sich jetzt sicherlich fragen, was stellt denn der Martin da vor? Eine Heißluftfritteuse mit dem Namen Ninja? Ist das wieder so ein Billigprodukt aus dem Land der aufgehenden Sonne, was hier in Deutschland für sehr viel Geld verkauft wird? Nein, ich kann euch beruhigen, dem ist wirklich nicht so. Denn Marc Rosenzweig hat zusammen mit seinen Eltern 1994 in Montreal die Firma EuroPro gegründet. Und circa drei Jahrzehnte später haben sie dann verschiedene Haushaltsartikel unter dem Namen Shark und Ninja verkauft. Mittlerweile unheimlich erfolgreich. Ja, in England zum Beispiel verkauft man Staubsauger unter dem Namen Shark Ninja und die verkaufen sich da wie warme Semmel. Also es ist unglaublich. 2008 hat man sich dann entschieden, die Küchenartikel, die Küchenprodukte nur noch Ninja zu nennen. Und dem ist ja jetzt hier auch so bei der Heißluftfritteuse. Und 2017 hat man dann gesagt, wir verlassen mal den nordamerikanischen Bereich und expandieren natürlich hinaus und natürlich auch nach Deutschland. Und hier ist sie jetzt. Unglaublich. Ich habe sie schon länger in meinem Hinterstübchen. Ich habe sie schon des Öfteren im Internet gesehen und war immer überrascht und traute meinen Augen gar nicht über diese vielen positiven Kundenbewertungen. Egal ob bei Amazon oder bei jemand anderem, einem anderen Händler, einem Mitbewerber. Unglaublich. Alle positiv. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und habe dann mir diese Ninja Fullimax auf die Wunschliste gepackt. Ich muss aber dazu sagen, sie war mir mit 249,99 Euro zu dem damaligen Zeitpunkt noch zu teuer. Ich habe mir gesagt, Mensch komm, warte mal, irgendwann kommen ja wieder diese Black Friday Weeks. Vielleicht hat man da Glück und kann sie dann günstiger erwerben. Und siehe da, ein paar Tage später war sie dann nur noch für 209,99 Euro zu haben. Ich denke, egal, in ein paar Wochen ist Black Friday, schlägst du da zu. Ja, und den einen Morgen, es war ein Samstagmorgen, ich wache auf, griff zum Handy, was man so beim Aufwachen halt macht und schaue ins World Wide Web. Und siehe da, sie wurde bei Amazon wirklich für 149 Euro angeboten. Zack, ab in den Warenkorb, zack, bestellt, zack, bezahlt. Zwei Tage später war sie hier. Der Lieferant hat geklingelt. Ich applaudiert, freu dich das Gerät entgegengenommen. Und jetzt steht sie hier bei mir und wartet drauf, ausgepackt zu werden. Unglaublich. Also Ninja hat was vorzuweisen. Ihr kauft jetzt hier kein Ramsch-Produkt, kein Billigprodukt. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Also der Erfolg spricht für sich. Denn Ninja oder Shark Ninja, wie ihr möchtet, sind präsent in acht Ländern. Mehr als 2000 Mitarbeitern haben ein Netzwerk mit über 100 Händlerverbindungen. Und ja, mehr als 150 Produkte haben sie tatsächlich schon auf den Markt gebracht. Über 2000 Patentanmeldungen liegen vor. Und aktuell über 15 Niederlassungen. Also da kann man nicht klagen. Und vielleicht kommt ja auch bald eine Niederlassung nach Deutschland. Sie haben ja nicht nur diese Heißluftfritteuse im Angebot, sondern auch, ich glaube, vom Mixer bis zum Grill. Schaut euch mal gerne auf die Internetseite um. Dort kriegt man jetzt auch eine Limited Edition von dieser Heißluftfritteuse in einem anderen Look. Ich glaube in schwarz Kupfer. Schaut euch da mal um, wie gesagt. Ich bin gespannt auf dieses Produkt aus dem ganz einfachen Grund. Man kann zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten. Und wenn man den Knopf drückt, werden sie auch noch gleichzeitig fertig. Es ist nicht zu glauben. Deswegen, ich packe es jetzt aus. Wir stellen euch das Gerät mal vor und gehen dann in die Küche. Dort wird sie angeschlossen. Und ich habe mir extra für dieses Video heute bei Edeka aus der Tiefkühltruhe Chicken Wings geholt. Eingelegt in Knoblauch und Honig, glaube ich. So eine Marinade. Und Pommes. Und das soll tatsächlich gleichzeitig fertig werden. Ich bin sehr gespannt. Ich habe bewusst bei Edeka eingekauft. Denn Edeka sagte mir, wir lieben Lebensmittel. Ich bin gespannt, ob die nicht gelogen haben. Aber, ja, jetzt packen wir es mal aus. Ja, man ist tatsächlich nach dem Auspacken so ein bisschen erleichtert. Denn so groß wie der Karton wirklich ist, diente natürlich zur Sicherheit, damit sie auch heil und sicher bei euch zu Hause ankommt, ist die Fritteuse dann zum Glück nicht mehr. Die Heißluftfritteuse wohl bemerkt. Ja, wir haben natürlich hier auf den Seiten natürlich jeweils immer das gleiche Bedienfeld. Das zeige ich euch gleich noch in der Küche näher. Denn ich kann ja so gar nicht richtig gucken. Und wie gesagt, ja, hier noch ein Umschlag, der liegt dabei. Ich nehme mal an, da wird die Gebrauchsanweisung drin sein. Ich schaue mal. Lieber Kunde, Sie haben die 30.000ste Ninja Fullimax erworben. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Als Dankeschön erhalten Sie eine Villa in Saint-Tropez samt Ferrari und netter Begleitung. Okay, das war blöd. Natürlich nicht. Ich habe hier ein Quickstart und natürlich noch eine Anleitung, die uns genau erklärt, Mensch, wenn du Tiefkühlpommes reinlegst, mache es so und so viele Minuten und so weiter und so fort. Also hier ist noch einiges erklärt. Und natürlich noch mal die Gebrauchsanweisung in allen Sprachen. Das ist doch auch schön, oder nicht? Wir haben hier tatsächlich oben, ich zeige das mal, auch schon wieder so einen Drehknauf. Das hatte ich nämlich auch an der Philips Air Fryer. Und dieser Drehknauf hat dann irgendwann gesagt, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich höre jetzt auf damit. Denn jedes Mal, wenn ich versucht habe, hier die Gradzahl einzustellen, Beispiel 200 Grad, ging das Grad noch gut, habe ich das bestätigt und wollte dann die Zeit einstellen, hat das Ding sich wieder ausgeschaltet. Ich konnte nicht die Zeit einstellen, dann konnte ich die Gradzahl nicht einstellen. Es ist ein Wackelkontakt da drin. Nach irgendwelchen paar Jahren Nutzung hat dieser Drehknauf gesagt, ich will nicht mehr. Ja, ich hoffe, das ist hier nicht so, aber wir haben ja noch zusätzliche Tasten. Taste 1, Taste 2, jeweils für den Korb. Hier oben drauf sind sie auch nochmal markiert. Seht ihr alles in den Nahaufnahmen. Das ist blöd für mich, ich komme da gar nicht richtig rum. Und dann haben wir hier natürlich auch noch verschiedene Einstellungen. Das zeige ich euch gleich in den Nahaufnahmen, was diese ganzen Einstellungen, die da auf Englisch stehen, eigentlich bedeuten. Denn ich habe hier ja nun die zwei Felder, insgesamt eine Füllmenge von 9,5 Litern. Ich hole hier mal so ein Körbchen raus. Und ach, guckt mal an, hier ist ja noch was verpackt hier drin. Das wird wohl auf der anderen Seite auch so sein. Was ist denn da drin? Vielleicht der Schlüssel für die Villa. Nee, das ist gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Das ist nur der Schutz, weil wir hier drin natürlich noch dieses, ja wie soll ich sagen, dieses Backblech. Das kann man rausnehmen. Es hat hier an den Seiten Silikonfüße. Und das bleibt auch richtig bombenfest drin. Das heißt, wenn sich das erhitzt, dehnt sich das so ein bisschen. Und dann bedeutet das, dann könnt ihr die Pommes rauskippen, ohne dass diese Einlage mit rausfällt. Das ist ja eine große Sauerei. Stellt euch vor, hier ist alles voll mit heißen Pommes. Ihr kippt es raus und dieses Blech kommt hinterher. Das ist natürlich gut durchdacht. Sprich, wenn also hier die Pommes drin liegen, die Hitze kommt von hier oben. Hier oben ist der Heizstab drin. Dann verteilt sich das nach unten, hier unter diesem Blech. Und dann geht die Hitze wieder nach oben. Und das Gargut wird dementsprechend von oben und unten gut bearbeitet. Ja, das Schöne ist ja natürlich immer, was heißt das Schöne? Ich nenne das auch mal vielleicht so einen kleinen Nachteil bei einer Heißluftfritteuse. Man muss immer ungefähr so, wenn die Hälfte der Zeit rum ist, nochmal die Schublade hier rausziehen. Die Pommes nochmal kräftig durchschütteln. Dann wieder rein und dann geht es weiter mit der restlichen Zeit. Sobald ihr übrigens auch diesen Korb rauszieht, bleibt die Zeit auch stehen. Ihr müsst also nicht erst noch ein Knöpfchen drücken. Ihr könnt ganz bequem die Pommes umschütteln, reinschieben und dann geht natürlich die Zeit weiter. Also ich bin da schon sehr gespannt drüber. Die Maße, für wen das interessant ist, wie breit ist denn das, wie hoch ist denn das, blende ich euch mal ein. Ich habe das jetzt alles nicht im Kopf. Auch hier haben wir wieder die Verpackung drin, den Transportschutz. Und auch hier ist dieses Blech drin. Und ich muss sagen, es ist ja antihaftbeschichtet. Und ich muss sagen, es ist schon wirklich von hoher Qualität. Und ich denke auch, das lässt sich super reinigen. Der Hersteller Ninja sagt auch, man kann alles in die Spülmaschine packen. Aber ich will ehrlich zu euch sein, wenn ich das hier vorne sehe, das ist ja hier so, ja, dieser Chromgriff ist Plastik. Ich weiß nicht, wenn ich da regelmäßig hier unten, das ist doch ein Loch drin, wenn da Wasser reinkommt, das sammelt sich da vielleicht drin und irgendwann wird das irgendwie, ich weiß es nicht. Also dann bin ich doch lieber der Typ, der es dann mit der Hand abwäscht, um das Ganze dann auch wirklich sauber zu halten und natürlich hoffentlich länger daran Spaß haben werde, wie mit dem Vorgänger, den wir hatten. So, ich würde vorschlagen, hier ist das Kabel, was ich extrem kurz finde. Aber diese Maschine hat natürlich auch Power und umso größer die Power, umso kürzer das Kabel. Ja, es ist nicht lang, also ihr müsst da schon in der Nähe eine Steckdose haben. Direkter Anschluss an die Steckdose ist natürlich immer besser, als wenn man da so eine Verlängerung nimmt. Ich gucke mal, wie ich das bei uns hinkriege. Wir haben nicht so viel Stellfläche in der Küche. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich, was da jetzt noch alles so auf uns zukommt und ob sie auch dementsprechend gut funktioniert. Denn die Bewertungen, wie gesagt, die sind ja im Internet des Wahnsinns. Also man glaubt es ja gar nicht. Ich dachte zuerst, das ist alles Fake. Aber so viele Fake, positive Fake-Mitteilungen für ein Produkt kann man sich gar nicht ranholen. Also das würde ja gar nicht gehen. Wie geht denn sowas? Und tatsächlich, also egal bei welchem Händler, ich schaue, Oh, das ist das Gerät nicht, dass ihr denkt, hier gibt es eine Übertragungsschwierigkeit mit dem Mikrofon. Also egal, wo ich schaue, bei welchem Händler, bei welchem Mitbewerber, ob bei Amazon, bei Otto und wie sie alle heißen, Mediamarkt, nur positiv. Nur positiv. Und das hat mich als Nutzer, und ich bin ein Otto-Normal-Verbraucher, ich bin jetzt hier nicht so der Heißluft-Fritösen-Nerd, der jetzt hier zuschlägt und sagt, pass auf, ich zeige euch jetzt, wie man Schweinearsch mit Birnen macht und das richtig kross. So ein Typ bin ich natürlich nicht. Bei mir reicht es für Chicken Wings und Pommes von Edeka. Und da wollen wir mal gucken, ihr Lieben. Also, ich zeige euch jetzt gerne nochmal die Rückseite, damit ihr da auch mal die gesehen habt. Sie ist jetzt nicht so, hoppala, spektakulär. Ihr habt also hier nochmal so zwei Auslässe. Das heißt also, hier hinten an der Wand müsst ihr natürlich ein bisschen Platz lassen. Hier dringt natürlich auch die Hitze raus. Und wie gesagt, hier ist die Abluft verbaut, hier unter diesem Deckel. Den kann man auch nicht abnehmen. Aber wie gesagt, solange ihr vorne die beiden Schubladen immer regelmäßig reinigt und auch mal die Heizstäbe da spritzt, doch wohl vielleicht das ein oder andere gegen, dann habt ihr diese Maschine ruckzuck sauber. Und das finde ich toll. Mein Gott, bin ich aufgeregt. Und dabei reden wir über eine Heißluftfritteuse. Ja, 149 Euro. Ich denke, das ist ein Schnapper gewesen. Und wehe, du machst mir keine knackigen und heißen Pommes. Heiß vielleicht. Aber ob sie knackig sind, das sehen wir gleich in der Küche. Bekommt keinen Schock. Wirklich noch mal nachschlagen, wenn ihr irgendwelche Gerichte machen wollt. Hier sind sogar Gerichte drin, sehe ich gerade. Aber wenn ihr noch mal nachprüfen wollt, Mensch, wie lange muss denn jetzt hier die Paprika noch mal rein? Oder sonstiges. Das könnt ihr da alles tatsächlich nachlesen. Wir gehen jetzt noch mal kurz die Produkte durch. Die einzelnen Stufen, meine ich. Gut, dann schalten wir mal unsere Ninja Foodie Max ein. Hier auf der linken Seite habt ihr den Powerknopf. Ich drücke mal drauf. Daran müsst ihr euch gleich gewöhnen. Er piept unheimlich gerne. Wir haben hier natürlich jetzt unsere verschiedenen Stufen. Ich setze noch mal im Hintergrund jetzt meine Brille auf. Die erste Stufe wäre jetzt hier in dem Fall Max Crisp. Und er geht auch gleich auf 240 Grad. Das ist natürlich für tiefgefrorenes Pommes Chicken Wings, die wir ja auch gleich reinhauen werden. Dann haben wir hier noch mal die Heißluftfritteuse. Dort haben wir 200 Grad vorgegeben. Ihr könnt die Temperaturen natürlich auch verstellen. Dann haben wir hier Roast, also praktisch das Braten. Da bin ich auch sehr gespannt. Wir werden mit Sicherheit mal einen Backfisch oder sowas reinlegen. Seelachsfilet paniert. Mal gucken, wie das wird. Dann hier auf der anderen Seite die Stufen Bake fürs Backen. Dann haben wir hier Rehat zum Aufwärmen. Und da könnt ihr natürlich auch, wie gesagt, immer die Zeit und die Gradzahl einstellen. Und zum Schluss das Dörren. Dann könnt ihr da, was ich ja schon erwähnte, bereits Obst, äh Obst, pardon, Gemüse meine ich. Gemüse und Obst sehe ich gerade. Meine Frau nickt. Also Obst könnte man da auch drin. Dörren. Ich habe das noch nicht gemacht. Dörren, Dörren. Heißt das Dörren? Dörren. Dörren, Dörren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Trocknen. Trocknen, genau. Also Obst, Gemüse trocknen. Und ja, wen das schmeckt, ähm, ich weiß es nicht. Gut, ist Geschmackssache. Wie gesagt, Backen weiß ich nicht. Probieren wir mal mit Brötchen zum Beispiel. So tiefgefrorene Brötchen. Ob man die aufbacken kann oder ob man wirklich so richtige kleine Törtchen drin backen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir auch nicht testen. Weil Backen kommt mir für mich in der Heißluftfritteuse nicht in Frage. Dafür nehme ich doch den altbewährten Backofen. Für uns ist jetzt Max, ähm, oder Max Crisp jetzt angesagt. Hier schießen wir schon auf 240 Grad. Das werden wir gleich einstellen. Und wir werden natürlich auch beide Fächer nutzen. Einmal linke Seite, äh, für die Chicken Wings zum Beispiel. Und die rechte Seite dann für die Pommes. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, hier ist jede Menge drin. Mal schauen. Ah, hier haben wir schon die Chicken Wings. Wie gesagt, ähm, Edeka hat gesagt, wir lieben Lebensmittel. Da bin ich mal gespannt. Wenn sie Lebensmittel lieben, dann kann das ja nur gesund sein. Also anders kann ich es mir gar nicht erklären. Jetzt muss ich mal weitersuchen. Und hier haben wir natürlich auch von der Edeka Marke noch, Edeka Marke, gut und günstig. Backofen Fritz. Die hauen wir jetzt mal rein. Ich bin schon sehr gespannt. Das Schöne bei den Produkten, bei den meisten tiefgefrorenen Produkten, habt ihr jetzt tatsächlich die Möglichkeit rauszufinden, für was oder welche Temperatur ihr da einstellen müsst. Es ist nicht nur der Backofen oder die Fritteuse angegeben, sondern mittlerweile bei vielen Produkten jetzt auch schon die Heißluftfritteuse. Also das finde ich natürlich hervorragend. Das haben wir hier bei den gut und günstig Pommes schon mal drauf. Leider bei diesen leckeren Chicken Wings haben wir es noch nicht drauf. Die milde Honig-Knoblauch-Würzung. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Hier haben wir wirklich nur die Fritteuse drauf stehen. Aber ich denke mal, hier richten wir uns dann nach dem Backofen. Notfalls schauen wir mal öfter rein. Wie gesagt, bin schon sehr gespannt. So, nun noch die Chicken Wings. Ui, Karamba, da ist Knoblauch drin. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich habe komplett alles reingeballert. So, Korb Nummer 1 kommt in Fach 1 mit den tiefgefrorenen Chicken Wings. Und Korb Nummer 2 mit den tiefgefrorenen Pommes kommt natürlich hier in das Fach 2. Steht auch vorne immer drauf, 1 und 2. Wir schalten das Gerät ein. Und wir wollen nicht Max, sondern wir wählen jetzt richtig die angegebenen Zeiten aus. Hier drücken wir Airfry für die Heißluftfritteuse. 200 Grad möchten wir auch haben. Die Zeit, drücken wir mal durch, sind 20 Minuten. Die übernehmen wir auch. Wir drücken in der Mitte jetzt die Synth-Taste. Das bedeutet, dass jetzt Feld 2 aktiviert wird. Was wir auch nochmal mit der Bestätigung auf die 2 hiermit auch bestätigen. Wir wählen hier auch das Programm aus, Airfry. Weil die Pommes möchten wir auf 200 Grad. Und auf der Tüte von Edeka steht drauf, in einer Zeit von 12 bis 15 Minuten sollen die fertig sein. Wir wählen mal die 12 Minuten. Wir können ja anschließend immer noch verlängern. Was ganz wichtig ist, nach der Hälfte der Zeit sollte man nochmal alles schön durchschütteln. Das ist jetzt alles mit den Einprogrammierungen. Mehr müsst ihr gar nicht machen, außer die Start-Taste drücken. Und ihr seht jetzt hier, dass die Chicken Wings schon mal anfangen, während die Pommes auf Holz stehen. Das wird so dann gehandhabt, dass wenn dann die 12 Minuten hier abgelaufen sind, dann schalten sich auch die Pommes zu ein, damit beides gleichzeitig fertig ist. So, vielleicht kann das Mikrofon das mal einfangen. Und zwar das Betriebsgeräusch. So, ihr Lieben, in 27 Sekunden müsste sich dann das Feld 2 dazuschalten, also sprich die Pommes, damit dann beides gleichzeitig fertig ist. Und da bin ich schon sehr gespannt. Und nach, wenn wir hier bei 10 Minuten sind, würde ich mal reingucken, wie die Chicken Wings schon mal aussehen. Und jetzt sollte sich in 4, 3, 2, 1, es sich zuschalten. Und das passiert auch jetzt. Jetzt laufen beide gleichzeitig. Das ist natürlich noch eine Erfahrung, die man sammeln muss. Was für eine Temperatur, was für eine Zeit stelle ich ein. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber das lernt man ja mit der Zeit. Wie gesagt, das Gerät ist natürlich das erste Mal in Betrieb. Und bevor ihr das erste Mal dieses Gerät in Betrieb nehmt, dann bitte noch mal vorher die beiden Behälter und auch diese Crisp-Platten vorher noch mal schön gründlich abwaschen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, wie gesagt, in 1,5 Minuten schaue ich noch mal rein, gucke ich mir schon mal die Chicken Wings an, wie die aussehen. Was mir auch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es wirklich hier nicht am Dampfen ist. Also die Hütte steht nicht voller Qualm. Da hatten wir ganz andere Erfahrungen gesammelt. Damals mit der Philips Airfryer. Da hatte sogar der Rauchmelder sich gemeldet. Hier gar nicht. Also das ist wirklich gut verarbeitet. Hier kommt also kein Qualm raus. Es riecht aber sehr lecker schon. Das muss ich dazu sagen. Und jetzt sind wir auch gleich bei 10 Minuten angekommen. Dann werde ich mal den Korb 1 öffnen. Und das Schöne ist, sobald ihr einen Korb rauszieht, bleiben beide Zeiten stehen. Das ist ganz wichtig. Ich mache das jetzt mal. Schaut mal rein. Und ich würde die schon mal so ein bisschen umwerfen. Ja, so ein bisschen haben sie schon Farbe angenommen. Aber das dauert ja alles noch 10 Minuten. Und sobald ihr wieder das Ganze reinschiebt, gehen auch beide Zeiten gleichzeitig wieder los. Ohne, dass ihr was drücken müsst. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, die Pommes in Fach 2 hatten wir ja eingestellt auf 12 Minuten bei 200 Grad. Jetzt haben wir die Hälfte erreicht. Ich ziehe jetzt mal hier das zweite Fach auf. Oh, das sieht aber noch richtig mager aus. Das ist natürlich noch keine schöne Färbung. Und da gehe ich stark davon aus, dass wir hier wirklich hätte nehmen müssen Max Crisp. Das würde man tatsächlich nehmen müssen. Wir lassen es erst mal ablaufen, gucken uns dann... Achso, ich habe vergessen zu schütteln. Pardon. Das soll man ja auch machen. So. Und gucken uns dann gleich mal das Ergebnis an, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ansonsten gehen wir dann noch mal ein und würden dann auf Max Crisp gehen, um dann noch mal richtig Feuer zu geben. Wenn ihr euch fragen solltet, Mensch, was macht denn der Maddina heute mit der Kamera? Natürlich finde ich wie immer die liebe Birgit. Danke noch mal an dieser Stelle. Aber ihr müsst bitte auch verzeihen, wir haben heute eine ganz neue Kamera in der Hand. Testen die auch praktisch heute zum ersten Mal. Und zwar die DJI Pocket 3. Was ganz Neues für uns. Wir haben ja sonst immer mit dem iPhone 14 und 13 gefilmt. Oder auch mit der DJI Action Cam. Jetzt filmen wir mit der DJI Osmo Pocket 3 in einer Standardversion. Preislich 529 Euro. Habe ich aber euch verlinkt unten. Falls ihr euch dafür interessiert, drückt auf diesen Link. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und das sogar kostenlos. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das jetzt filmen kann. Tatsächlich. Hier sieht man, dass der Qualm rausgeht aus der Seite der Schublade. Aber er geht nach oben und wird hier oben wieder reingezogen. Also das ist ja wieder hervorragend. Klasse. So, das Ende ist erreicht. End. Wir schauen uns mal zuerst Fach 1 ein. Da hatten wir ja die schicken Wings drin. Na, guckt sich das doch mal einer an. Also das jetzt bei 200 Grad. Wie lange hatten wir es drin? 20 Minuten? Perfekt, würde ich sagen. Wirklich perfekt. Also ich, da könnte man tatsächlich vielleicht noch mal so 1-2 Minuten, aber die Farbe ist hervorragend. Ne, reicht eigentlich schon. Für mich sind die wirklich fertig, ja. Könnt ihr noch mal so ein bisschen, ich drehe sie noch mal so ein bisschen, dass ihr das auch mal sehen könnt. Doch, die sehen gut aus, ja. Also das finde ich schon. So, und jetzt gucken wir uns die Pommes ein. Und die hatten wir ja nur auf 12 Minuten mal 200 Grad. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Das könnt ihr auch hier sehen. Guckt mal, die sind ja noch wirklich fast roh. Das ist ja Gummi. Und die hätten wir tatsächlich auf Max machen müssen. Und das machen wir jetzt auch noch mal. Und zwar hier noch mal. Jetzt muss ich auf Fach 2 auswählen. Pardon. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau. Fach 2. Da gehen wir auf Max Lasten 240. Und die Zeit lassen wir mal 5 Minuten. Und dann schauen wir mal, wie das Endergebnis aussieht. Schauen wir uns mal so ein Chicken Wing an. Ich hole mal eine raus hier. Und gucke mal, ob das überhaupt schon durch ist. Das gute Stück. Oh, das spritzt ja hier. Das sieht doch richtig super aus. Guckt euch das mal an. Das ist richtig durch. 20 Minuten, 200 Grad. Und hier eine schöne Kruste dran. Ja, ihr habt da richtig was zum Knabbern. Also das sieht wirklich toll aus. Bin ich sehr zufrieden mit. Und ich muss natürlich noch dazu erwähnen, wir haben gar kein Öl benutzt für die Pommes. Man kann natürlich ja auch noch nach Wunsch ein bisschen Öl mit beifügen. Wir haben es ohne Öl gemacht. Das wollten wir gezielt. Kalorienarm so ungefähr. Wir schauen mal, was jetzt die Pommes machen. Ja, die Färbung nimmt zu. Aber es ist wirklich, das ist wirklich vielleicht doch mit Öl ein bisschen besser. Also, bei vielen YouTubern hat es natürlich beim ersten Mal geklappt. Mit dem gleichzeitig fertig. Also, man muss natürlich genau wissen, welche Zeit man benötigt für welches Produkt. Ob Chicken Wings oder in diesem Fall jetzt die Pommes, die jetzt fertig sind. Ich bin jetzt mal auf die Farbe gespannt. Wir schauen mal rein. Sie sehen natürlich jetzt bedeutend besser aus. Ich halte es mal ein bisschen in die Kamera. Da gibt es natürlich ordentlich Dampf drauf. Ich gucke mal. Ich werde jetzt auch mal eine probieren. Blöde Idee. Schön heiß. Wirklich schön heiß. Aber knusprig. Knusprig und fettfrei. Ja, unser erster Versuch ist fertig. Pommes sind natürlich noch schön knackig heiß. Natürlich auch die Chicken Wings. Die sind ebenfalls noch heiß. Und daher, also, ich bin gespannt. Und was heißt bin gespannt? Ich habe es ja schon gekostet. Es schmeckt hervorragend. Und danke Edeka, dass ihr Lebensmittel liebt. Wir lieben Lebensmittel. Und wir werden uns das jetzt mal schön reinhauen. Wir müssen natürlich noch einiges lernen bei diesem Gerät. Das ist ganz klar. Mein Fazit für das Angebot. Für 149 Euro würde ich sie tatsächlich wieder kaufen. Schaut mal vorbei. Vielleicht habt ihr aber den Black Friday Glück. Und sie wird noch preiswerter. Was ich nicht glaube, weil der eigentliche Preis ist ja schon mal 249,99 Euro. Also da solltet ihr vielleicht jetzt schon zuschlagen. Link findet ihr natürlich wieder hier unter meinem Video. Klickt einfach drauf. Damit unterstützt ihr kostenlos meinen kleinen und bescheidenen YouTube-Kanal. Ich bedanke mich. Wenn ihr Lust habt, lasst mir ein Like da oder abonniert sogar noch meinen YouTube-Kanal. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und wie immer an dieser Stelle bleibt gesund, guten Hunger und bis zum nächsten Video. Euer Martin Rufmeister. Ciao.